so hallo wir machen weiter bei legend of zelda tiers of the kingdom wir haben irgendwie nur noch ein herz ok und sind im feuer tempel angekommen und ja das konzept ist halt wieder wie alle anderen tempel auch und alle titanen auch und alles ist immer das gleiche aber das ist ja erst mal nicht grundverkehrt deswegen ja gucken wir uns halt einfach mal um wir sind lediglich rein gesteppt haben lediglich herausgefunden dass wir hier halt wieder fünf schalter oder irgendwas betätigen müssen und das letzte mal waren sachen die der der windtyp auslösen konnte ich habe seinen namen vergessen so weit ist es schon kaum laufe ich mit ihm rum hier vergesse ich seinen namen macht nichts irgendwas mit t ach komm ich hasse es wenn mir name nicht einfallen tulin genau und wir werden dann jetzt nach diesem tempel halt den nächsten schwur bekommen was dann ja seiner ist und dann habe ich schon zwei begleiter und deswegen ist mein ziel also das würde ich jetzt wirklich mal so als hauptziel festlegen aktuell erst mal alle vier schwüre zu holen weil das sind ja offenbar in game fähigkeit man warum steckt das so laut aus das sind ja offenbar in game fähigkeiten die man sehr gut gebrauchen kann und jetzt schlägt gar nicht mehr aus bin ich jetzt zu leise so wieder besser ja sieht gut aus und was wollte ich sagen ja die man die man sehr gut gebrauchen kann wie zum beispiel bei ihm dieses fels rollen na da ich hatte immer massig probleme ständig habe ich meine waffen kaputt gemacht bomben verschwendet und so weiter und so fort das ist ja alles dann nicht mehr der fall sondern man kann ja dann die fähigkeit nutzen komplett gratis und ich denke wenn es dann hier halt noch mifa mifa sag ich schon bei den zoras wieder eine fähigkeit ach so ich komme jetzt nicht raus ja ist okay bei den zoras noch eine fähigkeit gibt und so weiter und so fort ich denke dann ist das schon sehr sinnvoll sich diese fähigkeit möglichst möglichst schnell zu holen tatsächlich ja das ist das ist so der plan jetzt aktuell okay jetzt gucken wir uns mal die karte an also da wird mit sicherheit wird sehr viel ja ja es wird sehr viel mit minen rumgefahren also mit minen wägen oje ok und ich schätze mal der das so durchgeht der der so farbig ist das ist der auf der auf dessen höhe ich fahren kann also das heißt hier vorne könnte ich wahrscheinlich in einen rein ok und das ist aber jetzt alles nur das erste stockwerk ja auf dem stockwerk ist dann dieses ding aktiv das heißt da fährt man hier hoch ok ja dann fährt man da so rum ja dann geht es hier und dann hier und dann hier und zum schluss ist halt da der boss drin ja gut ok also das dürfte relativ linear sein würde ich jetzt fast vermuten das dürfte relativ linear sein ok spannend wird nur möglichst keine tun zu verpassen das könnte doch so eine sache sein die vielleicht ungünstig ist ok da könnte ich rüberfliegen machen wir nachher wir gehen erstmal hier weiter weil ich glaube dass das hier gleich feierabend ist und das hier ist eher ein rückweg ja das das ist eher ein rückweg ja und das ist dann ja wie es mir gedacht habe na das ist jetzt mit der fähigkeit von ihm hier also mit der mit der geronen fähigkeit mit der rollfähigkeit kann man hier die schalte auslösen es ist halt immer die fähigkeit passt zu dem was man gerade hat so jetzt brauchen erstmal die fähigkeit hier zack sehr schön weil mich jetzt interessieren würde wie wäre man hier rüber gekommen wenn man ihn noch nicht dabei hätte denn man kann ja auch erst hier hingehen und muss nicht erst naja dann gibt es sicherlich einen alternativweg dass man hier am rand entlang klettert oder 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 beziehungsweise ich habe auch gerade das gefühl dass ich hier gar nicht zwingend sein muss und es einen anderen weg gegeben hätte ich glaube ich muss hier gar nicht sein das ist nur ja ja das ist nur so weg hier außen rum ja gut what the heck war das denn jetzt oh guck mal da sind seelen die hätte ich gerne aber verlasse ich dann jetzt gerade wieder den tempel ne noch nicht noch nicht die seelen gehören zum tempel dazu ok so ah wobei ah ok doch jetzt bin ich wieder hier ok ähm dann kann ich trotzdem kurz mal gucken na wenn wir jetzt nämlich mal wieder gerade alle vier regionen aktivieren dann haben wir ja eben dann haben wir eben hier ne zora und hier unten gerudo so und 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 das würde ich halt jetzt als als hauptziel anpeilen dass wir diese vier fähigkeiten dann haben und mit denen kann man dann ja alles andere wieder angehen aber es ist halt wenn ich merke dass das diese sachen mir enorm viel bringen die windfähigkeit hat mit nicht so viel gebracht muss ich gestehen ne also die die hat jetzt nicht das gameplay massiv verändert aber das mit dem rollen dass man diese ganzen felsbrocken zerstören kann wenn die irgendwo im weg sind das ist halt schon stark na also das ist halt wirklich stark und das gefällt mir auch sehr gut und deswegen will ich das ja auch haben nice wie sie sich streiten wer ihn besiegt sehr gut also indirekt streiten sie haben sich nicht gestritten aber na ihr wisst was ich meine so sehr cool oh mein gott ok jetzt habe ich jetzt habe ich zwei fächer die ich versehentlich aktivieren kann sehr gut aber das kann man ja auch ausstellen also wenn das zu sehr stört dann kann man das ja auch ausstellen weil man zu oft jetzt einen auslöst den man gar nicht auslösen will und so weiter so da oben war noch irgendwas drauf ne achso da kann ich ihn rein schicken schwupps aber da war gar nicht hä ich dachte da war irgendwo ach hier ach das ist da drüben da drüben leuchtet irgendwas da müssen wir auch noch hin weil das gehört glaube ich ne das gehört nicht zum feuertempel na da müssen wir demnächst auch noch hin ist hier noch was wichtiges ne da kann ich nur mit der da kann ich nur mit dem Minenwagen kann ich nur da entlang fahren ok alles jetzt nichts nichts hier brutal wäre wobei der sieht schon nicht verkehrt aus ach stimmt und es gibt ja Sonanium doch die Sonaniumbrocken hier sollte ich auf jeden Fall zerstören gar keine Frage doch die sind schon hallo komm mal her kriege ich zwei auf einmal kaputt ich wollte gerade sagen dass da eine Truhe ist hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten das ist ja schon recht fies aber sie war jetzt auch nicht so wichtig sie war jetzt auch nicht so brutal wichtig oh Bruder wo kam die denn her ok warte mal vernünftige Waffe ok er erledigt das von selber finde ich gut ne aber Sonanium hier sammeln ist schon ist schon nicht verkehrt Sonanium hier sammeln ist schon grundsätzlich jetzt nicht verkehrt das muss man auch so sehen aber ich sehe gerade nix jetzt sehe ich wieder was ok und hier könnte man jetzt sozusagen ach guck mal da haben wir eine Seele übersehen das ist natürlich frech so mitgenommen äh Seele sag ich schon und jetzt könnte man sozusagen dann hier irgendwie zurück fahr haben wir den schon mal fotografiert ja ok ist einfach ein Horrorblend ok oh da oben drauf ist auch eine wichtige ok mein Gott ich will jetzt aber eigentlich doch den Feuertempel machen ich werde schon wieder abgelenkt von anderem Stuff das ist doch schon wieder hier ich wollte doch Feuertempel machen ich denke aber das also das hier ist doch auch einfach nur ein Rückweg weil man den halt eigentlich man könnte ja eh zurück teleportieren also ne ja dann ist das eigentlich kein Rückweg oder dann ist das bringt das schon irgendwas dahin zu gehen oh dang wie viel sind denn da ja gut ja gut hier wird richtig aufgeräumt ja dann holen wir uns doch den Loot jetzt aber auch wo ist denn jetzt noch einer da rum ist noch einer tschüss da hinten ist noch einer gut funktioniert ja nice ok hier wird es ein bisschen kritisch ja da komme ich jetzt nicht ran das ist natürlich jetzt doof na gut dann komme ich da halt nicht ran ich kann auch nicht solche Items mir mit dem höher holen oder ich kann solche Items holen oh wait hä ich kann Items füllen was ist denn was ist denn das was ich da gerade hole Alter ich angle einfach alles aus diesem Teich raus oh 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 Geil okay das ist cool das man kann sich so Items einfach rausangeln jetzt habe ich aber, dann habe ich aber alles, ne? dann habe ich ja sogar alles erwischt Nice. Oh, das ist sogar eine Truhe. Uh, ja, let's go. Auch nicht schlecht. Okay, wisst ihr, bevor ich jetzt hier draufgehe, weil das Problem ist, wenn ich draufgehe, kann ich den Loot hier gerade nochmal sammeln. Das muss nicht sein. Futtern wir mal gerade was. Oh, wir müssen auch mal wieder Essen machen. Oh je, wir müssen auch mal wieder Essen machen. Ich habe, glaube ich, kein gescheites Essen mehr, oder? Ich habe nur noch so Fähigkeiten essen. Ah, ja. So normales Heilessen habe ich gar nicht so viel. Ah, das ist nicht gut. Okay, das ist nicht gut. Da müssen wir uns demnächst mal wieder drum kümmern. Mann, jetzt bin ich hier voll abgelenkt von... Ich will doch eigentlich den Feuertempel. Das ist doch wieder... Das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder Mist hier. Aber jetzt habe ich die auch noch gesehen. Jetzt will ich die auch noch mitnehmen. Tut mir leid. Ich kann auch so einen Irrlichthaufen hier nicht einfach liegen lassen. Das geht nicht. Das könnt ihr nicht von mir erwarten. So, was ist hier? Oh shit. Jetzt habe ich da irgendwelche Gegner getriggert. Ja, nee, muss jetzt nicht sein. Aber da drüben war noch ein Irrlichthaufen. Ganz in der Nähe von der Wurzel. Scheiße. Okay. Gut. Oh, die haben jetzt gar kein Synanium gedruckt. Na gut. Hä? Ich habe... Ey. Ich gehe zu diesen Feldern. Ich loote diese Felder. Und jedes Mal ver... Ach, das da oben habe ich vergessen. Das müssen wir uns auch gleich noch holen. Und jedes Mal bleibt dann doch wieder eins liegen. Das gibt es doch nicht. Warum bin ich denn nicht gründlich genug? Warum bin ich denn einfach nicht gründlich genug? Wieder fünf Pfeile? Nö, nö. Aber gut. Das sind halt keine krassen Truhen. Gott sei Dank sind es keine krassen Truhen. Weil wenn jetzt hinter so einem Ding auch noch eine krasse Truhe wäre, das wäre sehr ungünstig, weil sowas würde ich sofort übersehen. Und das wäre nicht gut. Da laufen Bocklins rum, aber die jucken mich jetzt wenig. So, aber diesmal lassen wir in dem Feld hier kein Urlicht aus. So, habe ich jetzt alle? Ja. Du kannst jetzt einmal noch hier rein rattern. Oh. Ich wollte gerade sagen, den haben wir noch gar nicht. Wer bist du denn? Blauer Bossbock. Oh je. Ich wollte hier eigentlich nicht so einen Viech jetzt triggern, ne? Scheiße. Mann. Oh Gott, der hält eine Menge aus. Okay, wir packen den Gamma raus. Wir packen Gamma aus. Okay. Habe ich ihn? Yes. Ach, komm schon. Oh, die sind noch hinter so Steindingern, ne? Ah, da muss ich erst, die muss ich erst kaputt machen. Die muss ich erst kaputt machen. Scheiße. Oh nee, wie viel Pokers verliere ich jetzt? Okay, kaum Pokers. Sehr gut, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich hatte jetzt echt Bedenken, ne? Das hier und, und, und alles, dass das alles weg ist. Okay, ursprünglich wollte ich auch nur hier hingucken und diese Truhe mir holen. Dann hat dieser Kampf da hinten jetzt einfach nie stattgefunden. Ja, okay. Gut. Oh, da oben ist auch eine Fähigkeit, ne, 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 ne Dings. Dann gehen wir da einmal gerade hoch. So, und dann holen wir uns jetzt schnell noch die andere, die andere, ähm, hier, weißt du schon? Die da drüben auf dem Knochen, die da drüben auf dem Knochen-Ding war, die andere. Und dann gehen wir wieder ganz schnell zum Feuertempel. Ich wollte ja wirklich nicht... Ich, 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 ich wollte ja wirklich nicht hier jetzt, ich wollte ja eigentlich, Mann. Ja, toll. Ach, Mann, das ist, das ist so schlimm. Also, das ist in dem Untergrund, das ist wirklich furchtbar. Du siehst überall diese Irrlichter und denkst so, wenn ich mir das jetzt nicht hole, vergesse ich's. Mann, aber ich... Oh. Okay, wir holen uns jetzt erst die da drüben. Wir holen uns jetzt erst die da drüben. So. Dann haben wir jetzt die geholt. Und jetzt gehen wir zurück zum Feuertempel. So. Mann, ich wollte... Ich wollte überhaupt nichts anderes jetzt machen. Ich... Zu der Mine, da gehen wir ganz später... Oh mein Gott. Zu der Mine, da gehen wir ganz später hin. Wir bleiben jetzt im Gebiet des Feuertempels. Es tut mir leid, jetzt haben wir 20 Minuten erst mal doch wieder was anderes gemacht. Es ist... Es ist... Ah. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Ich lass mich jetzt auch... Ich guck mich gar nicht mehr um. Ich geh einfach geradeaus zum Feuertempel. Jetzt haben wir wieder die Karte des Feuertempels. So muss das sein. So, und hier ist jetzt die... Ja, hier ist jetzt die... Des Minendings, was wir... Was wir fahren wollen. Das heißt, da muss ich jetzt irgendwie hinkommen. Ah, ich muss hier rü... Ah, okay. Ich verstehe. Nein, nicht so. Oh, ich glaube, ich verstehe doch nicht. Ich dachte, ich muss irgendwie... Ja, nee. Ja, nee, ich verstehe doch nicht. Ich dachte, ich kann hier rüber, aber das ist... Das ist nur von links nach rechts geklettert. Das bringt mir gar nichts. Wow, Kollege. Mach nicht... Ich mach nicht diesen. Weil hier komm ich ja... Hä, wie komm ich denn... Ah, Moment. Hier hoch kann ich. Aber das bringt mir ja auch nichts. Ich mein, ich kann hier hochklettern. Das seh ich schon. Aber das ist doch nicht der eigentliche gedachte Weg, oder? Na, ich mein, klar komm ich so hier hoch. Naja, gut, ich mein, jetzt bin ich oben. Das ist aus meiner Sicht nicht der gedachte Weg, wie man hier loslegen sollte. Weil man doch eigentlich hier unten irgendwie loslegt. Hier dachte ich, legt man los. Ich dachte, dass das so der Anfang ist. Was ist das? Ah, damit kann ich die drehen, okay. Aber wie wäre ich jetzt normal hier hingekommen? Von da drüben, oder was? Ah, ja, doch von da drüben, ich verstehe. Hm, hm, hm. Ja, 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 doch, ich verstehe. Hi. So. Und das wiederum... ...wäre von hier der Weg gewesen. Ja, okay. Okay, also ich bin ja vorhin einfach da lang gegangen. Da ging's nicht weiter. Und wäre ich hier lang gegangen, hätten wir gar nicht den ganzen Umweg jetzt gehabt. Weil ich gar nicht draußen gewesen wäre wieder. Ja, ne? So ein Ding ist das. Okay, und wenn man jetzt nämlich den Kollegen hier nicht hat, den Flugkollegen, dann könnte man auch sich so eine Plattform mitnehmen und hier den Weg bauen. Wo ist er denn? Hallo? Tulin? Ja, kommst du hier rüber? Danke. Tulin? Äh, Tulin? Ja, jetzt. Na, und dann kann ich jetzt nämlich hier einfach so rüber. Okay. So, und jetzt können wir ganz normal so losfahren, wie das Spiel es von uns... Ah, der ist schon richtig. Wie das Spiel es von uns wollte. Let's flipping go. Ah, und jetzt können wir hier... Ich will erstmal nicht umstellen, ich will erstmal gucken, was hier passiert. Ah, da fahren wir einfach im Kreis, okay. Also kein Secret nichts, sondern wir müssen direkt umstellen, okay. Na dann. Okay. So, hier stoppen wir eine Runde. Hier wird schön der Wagen nass gemacht, warum auch immer. Ja, jetzt können wir den Wagen einfach auch mal rübertragen. So. Aber erstmal gucken wir uns hier oben auf der Ebene. Bruder, habe ich von dir schon ein Foto? Ah, da kommt mir gerade. Wir... Ah, den Bergspalter können wir natürlich einmal fotografieren. Aber da kommt mir gerade. Wir haben jetzt den blauen, riesen Moblin-Typen nicht mehr auf dem Foto. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Sehr gut. So. Große Waffe. und schön auf die Mütze. Joa. Nützt mir nix, kannst du behalten. So. Da unten ist ein Weg. Habe ich genau gesehen. Kommen wir gleich noch hin. Da unten ist irgendwas explodiert. Aber es hat ja gut funktioniert. Okay, aber da unten ist ein Weg. Weg. Ja, okay. Weg ist relativ, ne? Das sind halt einfach Steine. Das hat mir jetzt leider nix gebracht. Komme ich wieder hoch? Oh, das ist schlecht jetzt. Darf ich wieder hoch? Okay, doch. Also über das Ding müsste ich doch hochkommen, oder? Das ist doch extra so eine... So eine Anhöhe. Nein. Okay, das ist schlecht. Ja, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich habe ja leider keine Rivali-Sturm, oder sowas. Kann ich da drüben hochklettern? Ne, das sieht auch nicht gut. Hä? Wenn man hier runterfällt, ist man nicht sonderlich gut aufgehoben. Schwierige Momente. Ich will probieren, mal darüber zu fliegen. Okay, okay. Ich könnte Glück haben. Und hier in dem Moment... Ja, doch, 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 doch. Ich kann hier in dem Moment stehen und dann einfach nach oben. Okay, Gott sei Dank. Puh! So. Damit sind wir wieder hier. Hä, das sah so voll secret-technisch aus. So, du kannst da runter und dann ist da einfach... Guck dir das mal an. Das sieht voll secret aus. Und dann... Es ist einfach dumm, da runter zu gehen. Dann ist das einfach dumm, da runter zu gehen. Na gut. So, äh, wie krieg ich jetzt das Ding da kaputt? Ich kann den... Ich müsste doch da einfach rein... ...donnern können, oder nicht? So. So, zack. Aber da kann ich nicht rein... Ach so, ich bin ja dumm. Natürlich kann ich den da rein donnern. Komm mal her. Kannst du hier hoch? Hallo. Okay, dann anders. Ja, wenn ich jetzt da nämlich runterfalle, ist wieder Schicht im Schacht. So, aber jetzt. Aber jetzt. Ich bin ein Volltrottel. Ich mach hier... Ich tu hier so, als wäre das alles übelst krasse... ...krasses Rätsel, Lösung. Ich kann doch einfach fliegen. Hä? Was bin ich denn dumm? Also... Also, warum bin ich denn dumm? Und jetzt brauche ich nur noch meinen... Okay, mein Kollege ist aber nicht mit drüber geflogen. Ja gut, dann brauche ich dich halt auch. Kannst du nicht einfach da hochfliegen? Ist das jetzt... Das war nicht, was ich wollte. Das ist ja voll stark. Das habe ich noch gar nicht bedacht, dass ich so ja einfach am einfachsten... ...jeder Zeit überall... Also, das ist ja... Das ist ja so noch viel schneller geht das ja. So, jetzt haben wir genug Dinger. Jetzt gib mir Ruhe. So! Wo ist mein Freund? Hier, komm her. Ja, jetzt kommst du. Und zwar... ...da rein. Das hat viel zu lang gedauert. Okay, wir machen erst kaputt. Dann müssen wir eh den Weg zurücklaufen. Ja, jetzt willst du mir das erklären, was ich mir eh schon denken kann. Danke. Also, das... Oh, ja. Löse es doch einfach aus und quatsche. Ja, Mensch. Link, ist dies das erste Schloss? Jetzt noch vier davon. Ganz schön viel zu tun. Das war halt schon wichtig, dass du den Text vorgelesen hast und sonst alles nicht machst. Okay. Gut. So. Hydranten gibt es hier zum Mitnehmen. Auch schön, die ich nie einsetze, die Kapseln. Also, ich habe bisher, glaube ich, noch nie eine Kapsel eingesetzt. Aber ich weiß jetzt grundsätzlich, wie sie funktioniert. So, ja, aber dann haben wir hier, glaube ich, auf der Seite... ...alles gemacht. Will ich da irgendwie hoch noch oder so? Nee. Nee, will ich nicht. Okay. Könnte ich aber. Aber das werden wir da wahrscheinlich auch nicht abkürzungen, die... Nee, wir gehen einfach der Reihe nach. Wir gehen einfach schü... Ich wollte gerade sagen, mein Wagen ist weg, aber... ...der andere Wagen, der vom Spiegel gesetzt ist, ist ja noch da. So. Zack. Und wir fahren weiter. Ja. So, nächster Halt. Jetzt sind wir hier eins drüber, okay. Ja gut, jetzt muss ich den einfach drehen. Okay. Hallo, stopp. Ja. Das hat gut funktioniert. Stopp. Mein Gott. Der hat sich ausgelöst, weil ich da dagegen geschlagen habe, ne? Das ist doch dumm. Der hat doch damit gar nichts zu tun gehabt. So. Dann setzen wir den doch einfach selber um. Dann brauchen wir das doch gar nicht großartig drehen, das Teil. Ei, 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 ei. Okay. Okay. So. Wir fahren in die richtige Richtung weiter. Wir stoppen hier erst mal eine Runde. Ah, der fährt weiter. Stopp. Kollege. So. Okay. Hier ist nichts weiter sparen. Guck mal, ne? Da drüben schon wieder hier, ne? Hier. Es ist ganz schlimm, diese Dinger zu sehen. Ganz schlimm, diese Dinger immer zu sehen. Weil ich dann immer da hin will. So. Brücke. Brücke passiert. Brücke passiert. Okay, diese Schiene hat gar keinen Nutzen. Wieso kann man hier rüber? Was kann ich hier drehen? Oh. So viel zu dieser Brücke hat gar keinen... Äh, diese... Hab ich Brücke gesagt? Diese Schiene hat gar keinen Nutzen. Jetzt hat die Schiene einen Nutzen. Die Frage ist jetzt allerdings... Ja. Okay, doch, 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 doch. Hier geht's richtig weiter. Da drüben ist... Geht's nicht weiter. So, das müssen wir einmal drehen. Oh, der hält ja gar nichts aus, der Königszweihänder. Gut. Die kümmern sich dafür gleich drum. So. Und hier ist ne Truhe. Okay, hier ist nicht mal so ein Gong. Hier ist nur ne Truhe. Auch gut. Dann war das Bonus-Content, der hoffentlich was bringt. Nämlich... Zehn Holzpfeile. Oh, gut. Ja, das ist alles hier useless. Ja, mehr ist hier nicht, ne? Man kann hier zwar raus, aber das ist nur so Deko-Zeug. Ja. Ja, okay. Ich geh's nicht davon aus, dass da irgendwie außenrum irgendwas Verstecktes ist. So, das... Das fände ich... Keine Ahnung. Ich meine, man könnte da oben drauf, könnte man noch ne irgendwie krasse Truhe verstecken oder so, aber... Hä, jetzt ist mein Wagen schon wieder weg. Warum ist denn immer der Wagen weg? Also, ich war keine drei Meter weg und der Wagen, die spawnt einfach. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Dass diese Wägen einfach die spawnen können, so. Versteh halt nicht ganz das Konzept dahinter, was es bringt, wenn diese Dinger weg sind. Ich meine, oder ist er einfach zurückgefahren, so? Keine Ahnung. Ach, guck mal, da hinten fährt noch ein anderer. Ist das mein Wagen gewesen von vorhin? Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch egal. Könnte sein, dass der so zurück... Ja, es könnte sein, dass der einfach... So wie der jetzt, ne? Dass der einfach zurück... ...dürftet und... ...keine Ahnung, Dinge tut. Weil er's kann. Sehr merkwürdig. So. Zack drauf und ab dafür. Tö, 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 tö. Plonk. Aber da fahre ich, da drehe ich auch nur hin und her. Also, das ist jetzt auch Quatsch, das Ding zu drehen. Okay. Jetzt muss ich hier wieder Wasser-Action machen. Ah, das Ding ist noch gar nicht an. Ich muss hier Wasser-Action machen. Da, 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 da. Hm, hm. Oh, die hauen alle ab. Das seh ich jetzt erst. Huch. Dann machen wir die gleich mal so fett dass die nicht einfach abhauen können. Stopp! So, und schon ist alles hier stuck. Und schon ist alles stuck. Und jetzt können wir hier schön weiter Wasser-Action machen. So. Okay, das sollte doch ausreichen. Auf meine Batterie zu verbrauchen. Hoppala! Shish! Hallo? Kannst du bitte hierher kommen? Der kann hier drauf nicht spawnen oder was? Ach, komm. Kannst du dann da wenigstens rüberrollen, Yunobu? Klappt super. Na bitte, es geht doch. So. Schwere Geburt. Okay, ich sollte was essen. Ich sollte was essen. Ja, komm hier. Das war ja gerade dumm. Die Art und Weise, wie ich Energie verloren habe. Aber was soll's. So, nächster Gong. Mist. Ach, komm. Ja, das ist eh gleich kaputt. Das war nicht ganz, was ich wollte. Oh, wir können auch mal den Ivarokam ein bisschen kaputt machen, eigentlich. Jetzt haben wir wieder ein verrostetes Schwert. Aber das ist halt auch dann sofort kaputt. Egal. So, zack. Zweiter Gong. Jetzt sind noch drei übrig. Ja, du gehst schon mal vor, genau. Das merke ich, wie du vorgehst. Ist hier irgendwas Spannendes noch? Also, wie gesagt, ich könnte mich hier noch mehr umgucken und halt so Sachen hochklettern und... Ja, komm, wir klettern hier mal kurz hoch. Und ich wollte aber gerade sagen, an sich, will ich jetzt nicht damit meine Zeit verschwenden. Und schon kletter ich hier hoch, also. Und es ist eine Truhe. Na, siehste. Das meinte ich. Man könnte... Man weiß halt nicht, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Ja, so, nein, nimm mal drei. Kann man mitnehmen, ist jetzt nicht... Oh, da drüben ist auch noch was. Ich glaube, Kapseln sind hier, ne? Ja. Ventilat und Hydrant. Warum nicht? Warum nicht? So. Aber es gehört jetzt nicht zu meinen gefühlten 100% sowas mitzunehmen. So, und nicht wieder in die Lava laufen und dann massig Herzen verlieren, das wäre dumm. Okay. Also, ich denke, was man festhalten kann, die Truhen hier drin sind jetzt nicht die wichtigsten. Na? Weil das wäre fies, wenn da wichtige Truhen drin wären. Ähm. Ach, wo geht's jetzt überhaupt weiter? Oh, ja, okay, ich checke. Sehr gut. Verstanden. Und los. So. Was macht der Schalter hier? Der fährt das hoch und runter. Äh, wo geht das Ding hin? Okay, egal. Na komm, Tudin, mach den Rest. Oder du. Jawoll. Nochmal. Okay. Yes. Tudin, bester Mann. Beta-Elite-Konstruktoren, auch nice. Auch absolut nice. Vor allem, wir haben ja einige Waffen, die wir verstärken können mit, äh, hier Dings, ne? Bin ich ja großer Fan von grundsätzlich. Okay, hier ist ganz viel Stuff zum Bauen. Wir fahren gleich den Aufzug runter. Ich will gucken, wo der hinfährt. Ob das nur ein Rückweg ist, sozusagen, so eine Abkürzung. Oder ob da was Wichtiges ist. Weil ich glaube fast zu wissen, dass wir da jetzt einfach ganz unten rauskommen, wo wir gestartet sind. Ja, der fährt auch nicht. Okay, alles klar. Das war das, wo ich hochgeguckt habe und dann da dieses Feld gesehen habe. Ja, gut. Also, das ist, bringt mir nichts, außer halt einen Rückweg. Beziehungsweise einen Shortcut hier hoch, aber diesen Shortcut könnte man auch mit einfach der Deckenfähigkeit nehmen. So, also, das sollte auch funktionieren. Okay. So. Genau, ich kann jetzt hier geradeaus rüberfahren. Das könnte ich tun. Von hier unten sind wir gekommen. Ach ja, jetzt habe ich den verschoben. Ich trottel. Der war ja richtig. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, welcher Weg weiterführt. Der Weg könnte letztendlich weiterführen, weil das sind mehrere Schienen. Der, okay, der führt aber auch weiter. Die führen gefühlt alle weiter. Da waren wir drin. Das ist unten gewesen. Ja, also, im Zweifelsfall gehe ich jetzt halt irgendeinen Weg doppelt und dreifach. Dann ist es so. Das ist aber auch kein Drama. Warum geht das Ding hier nicht runter? Oh, dafür muss ich was anderes drehen. Was muss ich denn dafür drehen? Muss ich dich dafür vielleicht drehen? Ah, nee, hier drehe ich dieses Ding. Und wo, was ist das hier? Ach, du Schande. Okay. Warte, dann ist das da drüben der Rückweg. Ah, ich see. Dann will ich vielleicht doch erstmal da hochfahren. Ja, komm. Dann fahren wir erstmal hier hoch. Oh, shit. Das ist, ah, das ist ja, oh, das ist jetzt ja ganz schlecht. Ähm. Das ist ja fast ein Insta-Dev, wenn man falsch fährt. Huch. Äh, okay. Ähm. Nein, ich will hier weg von dem Ding. Ja, so nämlich. Und dann ganz schnell einmal hier rüber. Schisch. Okay. Das lief jetzt nicht so gut. Gut, dass wir den Shortcut haben. Jetzt weiß ich, wofür der da ist. Eieiei. Das lief ja wirklich gar nicht gut. Gut. So. Also, dann will ich vielleicht erst dieses Ding da drüben auslösen. Oder wie sehe ich das? Klappt gut. Äh, noch höher. Glaubt ihr, dass das so gedacht ist? Jetzt hat mich drüber geschossen. Willst du mich verarschen? Alter. Wenn der jetzt wieder drüber geht, ne? Okay, komm. Wir gehen erst die andere Richtung. Weil hier müsste ich ja auch... Also, das ist ja auch nicht so ganz das Wahre vom Weg her. Das sieht jetzt auch nicht so gesund aus. Ich glaube, da drüben gehen wir auf eine andere Art und Weise hin. Das ist mir jetzt zu doof. So, komm. Dann fahren wir jetzt erst einmal hier gerade rüber einfach nur. Wir fahren jetzt einfach erst einmal hier gerade rüber. Das geht auf jeden Fall. So. Das geht auf jeden Fall. Hier ist effektiv Gornix. Und wie gesagt, ich setze jetzt ganz bewusst so Sachen mit Deckensprung nicht ein. Weil ich weiß, ich könnte damit komplett hoch. Aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Also, damit kannst du ja das komplette Spiel breaken. Was heißt breaken? Aber den kompletten Weg. Fühl dich halt jetzt nicht so. So. Und jetzt können wir das drehen. Was auch immer es jetzt bringt, hier zuzumachen. Nein. Nee. Ja, das wollte ich. So. Dann gehst du hier drauf. Okay. Und wir können rüber. Ja. Ist das nur für eine Truhe? Ja. Ja. Komm, wir tauschen aus. So. Aber das war dann nur für die Truhe. Okay. Das ist so dumm, dass der abfällt, wenn man... Ey, dann ist es doch besser. Ich drehe es selber. Mein Gott. Da bauen sie schon so ein Ding ein, was das drehen kann. Und dann macht der immer das Teil kaputt. Dann drehe ich das in Zukunft wieder selber. Das ist... Das ist doch dumm. So. Stopp. 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 Okay. So. Und jetzt kann ich doch folgendes tun. Jetzt kann ich doch hier wieder aufmachen. Ja, aber dann bin ich jetzt im Kreis gefahren. Nur für das Schild? Dann bin ich jetzt im Kreis gefahren. Nur für das Schild. Mehr ist da nicht. Das ist die andere Ebene. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nicht mehr die Dinger. Aber das liegt daran. Mann! Nee. Warte, welches ist denn gerade jetzt? Das hier brauche ich. Die Dinger wollte ich sehen. Wir sind auf E2. Auf E2 ist überhaupt keiner. Okay. Auf E3 ist dann der Nächste auf der Seite. Dann E4 ist er auf der Seite. Und das ist dann ganz unten, wenn man von oben runterfällt. Okay. Das ist der, den wir unten gesehen haben schon. Ja, also kann ich jetzt einfach hier hochfahren. Ähm. Oh. Oh. Nee. 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 Das ist Quatsch. Ach so. Ach scheiße. So rum geht das auch. Oh, das ergibt Sinn. Worum kann der da auch hochfahren? Ja, okay, okay. Ja, das ergibt Sinn. Ja, dann fahren wir halt erstmal da hoch. Was soll's. Weil jetzt haben wir den schon hier gerade stehen. Dann drehe ich das einmal rum hier gerade. Hat der mir jetzt eine verpasst? Wow. Der Wagen hat mich geschlagen. Ist das frech. Ist das frech. So, aber jetzt kann ich hier hochfahren. Das ist auch nicht verkehrt. Dann fahren wir jetzt nämlich hier einmal rum. Kommen dann da rüber. Stopp. Lass mal den Kollegen hier ausmachen. Können wir das mal kurz ausmachen hier erstmal, bevor wir hier kämpfen. Kollege. Okay, jetzt ist er eh aus. Tschüss. Sehr schön. Oh, so nah an dem Großschwert. Let's go. Da schmeißen wir doch direkt dieses verrostete Schwert weg. Sehr geil. Sehr coole Waffe. So. Okay. Das ist das verrostete Schwert. Und wo fährt der jetzt hin? Der fährt jetzt da rüber. Ja, gut. Ich wollte aber eigentlich hier... Äh... Ja, ja, ja. Guck, ist egal. Ich sehe schon, am Ende gehe ich doch einfach den Weg, der nicht gedacht ist, weil er einfach halt funktioniert. Ja, okay. Wir gehen hier das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss. Tschüss.